Hansi Flick und der FC Barcelona konnten nicht nur den FC Bayern hoch und souverän in der Champions League besiegen, nein, jetzt konnte man sogar den El Clasico auswärts bei Real Madrid mit 4 zu 0 für sich entscheiden und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist. Wenn Real Ballbesitz hatte, hatte Barcelona denselben Defensivplan wie im Spiel gegen die Bayern, also Lewandowski lässt sich tiefer fallen an die Sechser, die Flügel pressen von außen nach innen auf die Innenverteidiger, ansonsten hat man es wie gewohnt sehr gut verschoben, dorthin wo der Ball war, natürlich auch abhängig davon, was Real gemacht hat, die haben grundsätzlich erstmal aufgebaut in 4 für 2, klare Viererkette, dann haben sie aufgrund der Verletzung von Rodrigo mit 4 klaren Mittelfeldspielern gespielt, links Kamavinga, rechts Bellingham quasi als verkappte Flügel, im Zentrum dann Valverde und Juamení, vorne drin dann Vinicius und Mbappé und das Ziel war dabei ganz klar und wie zu erwarten, die Tiefe zu bespielen, immer wieder lange Bälle nach vorne auf Mbappé, auf Vinny, was ja zu erwarten war, da man das so schon gegen Dortmund gemacht hat in der ersten Halbzeit, da hatte man im Aufbau nicht die größten Ideen, da hat das schon hin und wieder funktioniert, zeugt jetzt aber nicht von der größten Spielidee und eigentlich liegt es ihnen vielmehr, dann einen tiefen Gegner zu bespielen, daher war das sehr gut, was Barca hier gemacht hat, was sie aber auch immer machen, den Gegner hochzustellen, aber auch aktiv anzulaufen, dass er gezwungen ist, den Ball langzuschlagen, vorne haben sie dann hin und wieder es geschafft, in die Tiefe zu kommen, waren dann aber auf dem Abseits, wozu wir gleich noch kommen, was sie dann auch immer wieder gemacht haben, um diese Bälle nach vorne vorzubereiten, war, dass sowohl Kamavinga links als auch rechts Bellingham in die letzte Linie vorgeschoben sind, die konnten immer wieder kurz kommen, um dann Gegenspieler mitzuziehen, Räume zu öffnen oder eben beide in die letzte Linie vorschieben, da konnte man Barca dann teilweise auch gut überladen, wenn zum Beispiel wie hier Vasquez rechts auch noch hochgeschoben ist, so hattest du hier dann fünf Mann in der letzten Linie gegen die Viererkette von Barca, was es dann einfach ziemlich schwer macht, das zu verteidigen, wenn die Bälle da optimal kommen und so kam man ja hin und wieder auch in gefährliche Situationen, meistens war es dann halt Abseits in der Entstehung oder wenn sie es dann mal ohne Abseits geschafft haben, haben sie die Chancen ungenutzt gelassen, zum Beispiel die eine von Vini, hier sieht man Kamavinga steckt eigentlich gut durch auf Mbappé, steht halt knapp im Abseits, wobei Barca die Abseitsfalle auch immer sehr gut gespielt hat, hier hebt es Koundé zwar fast auf, aber ansonsten war das wirklich top, auch hier wieder in der zweiten Halbzeit, die Barca-Defensive ist top abgestimmt, stehen extrem hoch, stellen die Spieler von Real dann aber auch immer wieder ins Abseits und meistens eben Mbappé, wie in dem Fall, der dann einfach blöd dasteht. Natürlich, und das muss man auch erwähnen, ist das sehr riskant, das funktioniert nicht immer, so hatte Mbappé auch zwei, drei Chancen, wo er nicht im Abseits war, gut eingestartet ist, wie in dem Fall, scheitert dann aber an Penja und das Glück, dass Real diese Chancen da nicht nutzt, muss man aus Barca-Sicht eben auch haben. Nichtsdestotrotz war das defensiv wieder herausragend, wie schon gegen die Bayern, da habe ich das ja auch schon analysiert, die Abstimmung von der Viererkette ist da einfach herausragend und deshalb funktioniert das so gut, aber man hatte natürlich auch mit Ball wieder mal einen sehr guten Matchplan, beziehungsweise hat seinen Spielstil einfach so durchziehen können, wobei auch hier wieder Real gegen den Ball nicht ganz optimal agiert hat, wie schon im Champions-League-Spiel gegen Dortmund, da vor allem in der ersten Halbzeit. Hier hat man es dann wie in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund besser gemacht, aber Barca hatte einfach nochmal eine andere Qualität, die sind da herausragend darin, das zu bespielen. Wir sehen hier die defensive Herangehensweise von Real Madrid, das ist wahrscheinlich gegen den Ball das beste Setup für Real, ohne die Qualität von Mbappé und Vini zu opfern. Trotzdem hatte so seine Schwächen und zwar ist man größtenteils mannorientiert angelaufen, sie konnten dann aber immer wieder mit Chouameni und den Innenverteidigern zwischen Komplettmann gegen Mann über das ganze Feld oder einer Plus-Eins-Absicherung hinten variieren, also Chouameni entweder schiebt vor auf den Sechser oder Achter in dem Fall, dann muss einer der Innenverteidiger auf Fermin Lopez oder halt den Zehner von Barca vorrücken oder Chouameni bleibt tief, dann hast du hinten zwei Gegenspieler gegen den Stürmer, was einfach defensiv nochmal sicherer ist, aber dann lässt du wiederum den Barca-Aufbauspielern mehr Zeit, dann können sie die Pässe finden, vor allem weil halt in der ersten Pressing-Linie Vini und Mbappé beide nicht wirklich den besten Job gemacht haben, was man natürlich auch von ihnen erwarten kann gewissermaßen. Die sind da einfach faul, laufen nicht so wirklich an, gerade die Innenverteidiger waren da meistens zwar an die orientiert, haben sie zugestellt, ein bisschen Druck gemacht, aber viel mehr jetzt auch nicht, haben nicht mit ihrem Deckungsschatten zum Beispiel gearbeitet, sind nicht von außen nach innen oder von innen nach außen angelaufen, das war einfach eher ein Alibi-Pressing und das erklärt dann auch gewissermaßen, warum Barca es besser geschafft hat, letztendlich auch zu Chancen zu kommen beziehungsweise diese dann auch zu nutzen. Bevor wir aber dazu kommen, sehen wir hier zum Beispiel noch die Staffelung des Dreier-Mittelfelds, da waren fast nie zwei Spieler in einer Linie positioniert, die waren immer versetzt, so hast du hier einmal den Sechser, dann den Achter, dann den Zehner, würden jetzt zum Beispiel Sechser und Achter in einer Linie stehen, wäre es deutlich leichter das zu pressen aus Realsicht, so wiederum macht man es Real sehr schwer, man besetzt drei verschiedene Zonen, dadurch kreiert man viel Raum, den man dann auch bespielen kann, Rüdiger zum Beispiel muss hinten rausrücken, da entsteht dann eine Lücke oder hier auf der rechten Seite ist viel Platz für Koundé, wenn Kamavinga da dann drauf schiebt, dann ist wiederum im Zentrum extrem viel Platz und den konnte Barca dann mit der Zeit immer besser bespielen, in der ersten Halbzeit war es noch nicht ganz so optimal, da stand es zur Pause dann ja auch nur 0 zu 0, Real hatte da schon viele Abseitssituationen, Barca wurde auch hin und wieder gefährlich, aber vor allem zur zweiten Halbzeit hat man diese Räume dann viel besser bespielt und ist dementsprechend zu seinen Toren gekommen, schauen wir zum Beispiel auf das 1 zu 0, da sieht man das sehr gut, die Barca Innenverteidiger rücken beide raus, Rüdiger auf Petri glaube ich und Militao auf Rafinha, die sich auch klug positionieren, dadurch dass sie die Spieler rausziehen, öffnen sie den Raum, den Lewandowski erkennt, die Außenverteidiger stehen tief, Mondi auf der linken Seite wird zum Beispiel auch durch Jamal gebunden, das alles öffnet diesen Raum für Lewandowski, aber auch der Passweg wird nicht zugestellt, Real ist da nicht kompakt genug, da muss man vielleicht das Mittelfeld so ein bisschen in Kritik nehmen, aber auch die zwei Offensiven, die da überhaupt keinen Druck machen, Casado kann den Pass spielen ohne Druck und dementsprechend erzieht Lewandowski das 1 zu 0. Auch beim zweiten Treffer manipuliert man die Realdefensive ziemlich gut, da ist es hier de Jong, der eingewechselt wurde zur Halbzeit, spielt auf Rafinha, der entgegenkommt, dadurch zieht der Rechtsverteidiger Vazquez mit sich mit, öffnet die komplette rechte Defensivseite von Real, lässt selbst klatschen auf de Jong, der spielt den dann direkt raus auf Baldé, der den freien Raum erkennt, dort hinein startet, Bellingham ist es dann, der quasi als rechter Außenverteidiger den Raum verteidigen muss, kommt dann aber zu spät, kann die Flanke nicht mehr verhindern und im Zentrum sind es dann Militar und Rüdiger, die beide viel zu weit von Lewandowski weg sind und so stand es dann nach einem Barca-Doppelschlag 2 zu 0. Und da sie diese Führungen verwalten können, beziehungsweise dann über gefährliche Umschaltsituationen problemlos erhöhen können, haben sie schon gegen Bayern gezeigt und in diesem Spiel nochmal eindrucksvoller bewiesen, würde ich sagen. So kannst du dann zum Beispiel auch Spieler wie Olmo einwechseln, der dreht sich hier einmal gut auf, hat dann das ganze Spiel vor sich extrem viel Platz, bringt ihn raus auf Rafinha, der legt schwer auf Lewandowski, der dann das 3 zu 0 vergibt, also man hatte noch viel mehr Chancen, um das noch höher zu gestalten, aber wie genial Barca diese Momente ausnutzt, sieht man beim 3 zu 0 ganz gut, da ist es einfach ein langer Ball vom Torwart auf Lewandowski, der verlängert auf Rafinha, Lewandowski und Olmo hatten aber schon beide Innenverteidiger rausgezogen aus der Ordnung, dementsprechend verteidigen hinten nur noch die Außenverteidiger von Real im rückwärts gehen und das ist natürlich relativ schwer gegen einen Rafinha und Jamal, Rafinha legt den Ball dann perfekt an Vazquez vorbei, in den freien Raum, kreiert dadurch eine 2 gegen 1 Situation, legt raus auf Jamal, der das 3 zu 0 sogar mit seinem rechten Fuß erzielt. Und das vierte Tor verdeutlicht dann aber auch einfach noch, wie schlecht Real es verteidigt hat, da war es zunächst Inigo Martinez, der linke Innenverteidiger, der antribbelt, Vini Junior trabt nur hinterher, okay hier sieht es jetzt im Bild so aus, als hätte er Druck gemacht, aber das war nicht wirklich der Fall, lässt ihn da einfach antribbeln, der spielt dann den langen Ball, perfekt auf Rafinha, aber auch hier das Verteidigungsverhalten von Vazquez, er könnte ja einfach rausrücken, hier sieht es zwar so aus, als wäre Rafinha erst eingestartet, aber der war schon vorne, klar über der Mittellinie, geht dann nochmal zurück und startet neu, Vazquez hätte einfach in die gegnerische Hälfte rücken können, dann steht Rafinha im Abseits, so wiederum geht er das Duell ein, Rafinha kontrolliert den Ball wieder mal perfekt, nimmt ihn perfekt mit und erzielt das 4 zu 0, was laut vielen als Endergebnis in der Höhe auch verdient ist und noch höher hätte er ausfallen können, ja das ist zwar der Fall, ich persönlich finde aber das Spiel von Real wird deutlich schlechter gemacht als es war, die hatten schon auch gute Ideen, dann war es unglücklich mit dem Abseits, die hatten aber auch ohne Abseits ihre Chancen, da hält Pena zweimal oder so oder noch öfter gut, dementsprechend und man muss sagen, das Umschaltspiel von Barca ist natürlich auch überragend, das wissen die Bayern, das weiß ja jetzt ganz Europa, die ganze Welt, daher würde ich Real nicht so arg kritisieren, wie es viele jetzt machen, das ist auch unglücklich, dass da ein gelernter Offensivspieler mit Vazquez Rechtsverteidiger spielen muss zum Beispiel und so weiter, aber unter dem Strich steht letztendlich natürlich ein verdienter Sieg für Barca, die hier wieder mal eindrucksvoll bewiesen haben, wie gut sie einerseits gegen den Ball sind, trotz bzw. mit ihrer hohen Verteidigungslinie, aber auch mit Ball ist das wirklich sehr gefährlich, sowohl bei einem offenen Spielstand als dann aber auch bei Führung, wenn sie umschalten können, ist das überragend, allen voran mit Rafinha und für mich aktuell der Top-Favorit auf die Champions League mit großem Abstand, ist natürlich noch früh, aber da würde ich mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, das sieht wirklich sehr gut aus und ich sehe da keine Teams, die da mithalten können derzeit, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, gerne auch eure Erkenntnisse zum El Clasico, war jetzt mal ein etwas anderes Video, normalerweise behandle ich ja nur Spiele mit deutscher Beteiligung, einfach weil da das Interesse größer ist, verfolge den internationalen Fußball aber auch sehr aktiv, deswegen bin ich mal gespannt, wie gut das Video ankommt, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat, um nichts mehr zu verpassen und ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!